Was passiert, wenn ein Tennisers auf einen Fußballstar trifft? Im Falle der schönen Serbin Anna Ivanovic und unserem Mittelfeldstar Bastian Schweinsteiger knallen die Funken. Seit 2015 sind sie ein Paar. Im Juli 2016 wurde im romantischen Venedig geheiratet. Dass es die richtige Entscheidung war, beweisen die schönsten Bilder ihrer Liebe. Was für eine traumhafte Dinner-Location, die Bastian Schweinsteiger hier ausgewählt hat. Mit dem Bild verrät der Mann von Anna Ivanovic ein amüsantes Detail aus seinem Familienleben. Denn offenbar ist es der einstige Nationalspieler, immer der erste am Tisch ist. Kein Wunder. Immerhin ist seine Frau eine begnadete Hobbyköchin, wie sie auf Instagram immer wieder unter Beweis stellt. 31. August 2021 Sebastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic verbringen ihre Freizeit gerne in der Natur. Ihren Ausflug an den See hält das aktive Paar mit einem Foto auf Instagram fest. Die beiden strahlen in die Kamera und genießen sichtlich die gemeinsame Zeit im Grünen. 12. Juli 2021 Glückwunsch! Traumpaar Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger feiern ihren fünften Hochzeitstag. 2016 gab sich das Paar vor romantischer Kulisse in Venedig feierlich das Ja-Wort. Mit diesem schönen Hochzeitsfoto auf Instagram bedankt sich der ehemalige Tennisstar bei ihrem Liebsten für fünf perfekte Jahre und ergänzt. Lass es noch 500 mehr werden! 17. Juni 2021 Sebastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic senden Urlaubsgrüße aus dem schönen Florenz. Die beiden erkunden bei strahlendem Sonnenschein die Stadt und hoffen, dass ihre Fans den Sommer ebenfalls genießen können, wie Anna auf Instagram schreibt. 30. Mai 2021 Wenn sich die Eltern aus dem Haus geschlichen haben Kommentiert Anna Ivanovic ihr strahlendes Selfie mit Ehemann Bastian Schweinsteiger. Das Paar, das zwei Söhne hat, gönnt sich heute einen romantischen Abend zu zweit. Und dafür hat es sich elegant in Schale geworfen. Wohin es geht, bleibt allerdings ein Geheimnis. 13. Mai 2021 Herzlichen Glückwunsch zum Vatertag! Für unsere zwei kleinen Jungs bist du der beste Papa der Welt, wir lieben dich! Schwärmt Anna Ivanovic über ihren Ehemann Bastian Schweinsteiger. Mit einem fröhlichen Selfie im Sonnenschein meldet sie sich auf Instagram bei den Fans. Arm in Arm halten Bastian und Anna ihr Liebesglück mit diesem Foto für die Ewigkeit fest. Arm in Arm halten Bastian Abonniert